Quan Chi's Plan war gescheitert, wie mein Plan, mein hungern, das Volk zu ernähren. Weil ich die Partnerschaft mit ihm befürwortete, wurde ich zur Verantwortung gezogen. Ich musste neue Nahrungsquellen für Vyternus auftun oder würde verbannt werden. Da bekam ich eine Erleuchtung. Ich musste keine Reiche erobern, um mein Volk zu ernähren. Ich musste nur Geschöpfe einfangen, um sie zu züchten. So würde Vyternus eine unbegrenzte, erneuerbare Nahrungsquelle haben. Und ich bräuchte nur ein paar Tausend für den Anfang. Eine geringe Zahl in Anbetracht der Reiche. Niemand würde es bemerken, wenn ein paar Leute verschwinden. Aber es wäre genug, um ein hungriges Vyternus zu ernähren. ... Untertitelung des ZDF, 2020